malzeit liebe leute willkommen zu einem weiteren part battlefield auf meinem kanal wir spielen heute mit matze hallo leute und mit michi alles weitere nach dem intro bis gleich so da sind wir nun wir spielen heute eine multiplayer map und ich würde sagen einer von den beiden start mal eine solche und wir joinen dem ganzen sind wir in der party zusammen ich finde meine einladung angenommen ja ich glaube das sollte hin okay cool also die nahe von san quentin die eroberung falls ich dann noch einer daran erinnern kann ich nicht ich habe das spiel keine ahnung vor fünf wochen oder so das letzte mal gespielt was habt ihr so gezockt habt ihr die kampagnen gezockt der kampagne durch alles eigentlich schon mal probiert quasi ja ich auch also die kampagnen habe ich ja auch durchgezockt habe ich eine playlist bitte in der beschreibung folgen und ja ich habe irgendwann aufgehört nachdem ich übelst nicht mehr weitergekommen bin bei ah heinrich jo da bin ich decoy ähm truppen boost überlege ich mir noch mal ich überspringe das ganze und dann gehe ich mal als was gehe ich denn rein was wollte ich denn nehmen sani ja komm ich gehe mal als sani rein das geht hier ab der trupp wieder voll wie heißt du denn hier decoy decoy heiße ich der trupp ist aber voll jetzt ich bin bei euch drin decoy youtube wir sind Chef hier mein Chef hier ist der andere im Chef bauen wir immer der alles sagt wohin es geht ja ok ja ich muss mich erstmal hier wieder ein bisschen ryan finden in die ganze spielmechanik ich bin irgendwie noch getrimmt aufs speer so ein bisschen ok da kommen welche von wo wo seid ihr da ja nice granate wie kann ich den heilen ich habe ihn belebt ja hier sind zwei mann ja oh 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 ja gut 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 boah ey bin ich hohl alter ja du bist gerade gestorben hab ich gesehen da hinten echt warum machen wir mit einem Messerblatt Alter das ist hier ist auf jeden Fall doch so einer draußen oh mich hat's erwischt heil mich oh mich hat's auch erwischt man warum ja nicht mich hat's auch erwischt gerade so michi ich bin hinter dir gewesen kann ich dich jetzt Vorsicht hinter mir Daniel Gemoyer ah ich wollte ihn erstechen verdammt nochmal ey yo nice ich hab den Kill noch gekriegt boah die sind natürlich echt heftig hier gerade bei bei B am Start ne oh wer ist denn da oben im Flugzeug und ich steig lieber auf okay ich seh keinen wo seid ihr ja ich bin tot oh oh uh ah verdammt nochmal ja hinter dir links kommt noch einer Wir machen sie platt. Was? Oh nein. Nice. Habe ich ja gerade noch hingekriegt. Mit dem Ausschlecken. Boah, da hat mich doch gerade einer. Warte mal, ich komme zu dir. Ich heile dich. Wo liegst denn du? Oh, okay. Hier, erst die Hilfe. Bumpe für euch. Kommt einer. Erwischt. Erwischt, weggemacht hat. Ja. Noch einer. Mann. Oh, Scharfschütze. Wo? Ja, da wo es blingt. Da, wo es schießt. Medi-Pack brauche ich. Drei. Ja, hier. Ich habe auch eins hingeworfen. Hier ist keiner am Start. Oh, hier ist eine Spengfalle. Dich vorsicht, vorsicht nicht da rein. Auf jeden. Wegmachen. Achtung. Hab mich. Ich habe eins. Ich habe eins. Ich habe eins. Ich habe eins. Ich höre eine Banzer. Hier, ich muss mich wiederbeleben. Schnell. Die Bombe hat mich weggemacht. Wo bist du? Ich muss gucken. Auf der Karte. So. Miki. Ja, ich habe... Ich... Geht. Ich sehe mir die Bombe hat. Ich weiß nicht, was geht. Wo war es denn jetzt auf einmal weg? So, ich leck mich mal hier oben hin. Oh, hier ist einer irgendwo. Im Haus. Ganz in der Nähe. Im Haus ist er unten. Er hat mich erwischt. Weile. Ja, Sascha. Sieben Meter. Du bist von mir entfernt. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Okay. Wo ist der nächste? Hier war doch noch einer. Okay, langsam komme ich rein. Ich bin schon wieder, hat er mich. Im Haus. Oben. Oh, was? Bist du verletzt? Hier vorne ist er. Hier vorne. Ja, ich habe ihn, Alter. Ich habe ihn. Ich bin aber draufgegangen. Und oben drauf ist auch noch einer. Rotten müsste die mit Kuh... Mit Kuh, alles klar. Ich komme zu dir, Miki. Alles vorne. Alter. Ich habe ihn. Den, 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 den. Wow. Ich sehe ihn von hier nicht. Ich gehe ein bisschen weiter nach rechts. Boah, der Qualm ist echt scheiße. Da vorne kommt einer. Ich bin ziemlich offen. Dann sieht man den auf der Karte. Okay. Finger abseits. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Einsatzziel Friedrich erobert. Ja, ich glaube. Ja. Ich glaube, das war es. Da ist er, da kommt er. Verdammt, der hat mich. In der Mitte. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Scheidenkleister. Oh, da kommt ein Panzer. Auf der Straße. Er spottet ihn noch an mit Kuh. Da ist ein Panzer. Okay, habe ich gemacht. Ich habe noch voll lange bis. Hei, ich habe ihn. Ich kann uns retten. Du hast. Soll ich deine Wunden versorgen? Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Granade. Wo sind sie? Wo sind sie? Na, verdammt nochmal. Ah, wie nicht. Sie ist auch noch gestorben. Komm bei mir wieder raus. Michi ist auch Sunny. Aber wir haben noch ein Pferd da hinten in der Resens. So. B. B also. Bei B. Ja, da ist einer. Da sind. So, Medikid. Komm mal, Leute. Schmeiß mal einer. So. Mal B angreifen. A. Oh, was. Ei. Ei. Ja. Komm, Leute. Hol mich meiner an. Lungsometer ist am Fernsehen. Die Kreuz hier. Der kommt nicht an den Start. Ja. Ich bin nicht von Medik. Komm. Ich bin nicht von Medik. Äh. Ach. Verdammt. Ja, das wollte ich verhindern. Ja, er hat mich schon... Hey, Vinance, get to see you again. ...niedergestreckt. Niedergestreckt. B, ist doch viel näher. Ja, dann Gas, Alter. Ja, da sind zwei Mann oder so. Ja, komm, Gas hier. Granaten. Vergas, Granaten. Ich hab hier einen feuchlichen Sperr. Ich hab hier einen feuchlichen Sperr. Ich hab hier einen feuchlichen Sperr. Wir haben einen. Einen hab ich hier schon mal. Jawoll. Ach, das muss ich mir angewöhnen mit Kuh. Okay. Ja, manchmal sportet er den aber auch nicht an. Der ist einer. Ah, da hat er mich gefickt. Wir können ja auch mal ganz easy hier außenrum langlaufen und dann zu F gehen. Würde sagen. Ich weiß noch, wo seid ihr denn alle? Sagen wir gehen unten zu C. Oder zu... Irgendwas zu beobern. Oh, hier. Hier sind voll viele unten. Ja. Ja, mit Kuh macht das irgendwie Bock. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den Sperr wieder, ey. Ja, genau. Zack. Der Erste. Ah, sauber. Zehn. So. Wenn der Nebel nur nicht wär. Wenn der Nebel nur nicht wär. Es wird sich ziemlich stark nach Panzern, ach so. Unser Panzer. Ja. Ähm, 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 ähm. Okay. Wir müssen mal auf richten F machen. Hey. Ja. Okay, nur auf der Karte. Einsatzziel Cäsar erobert. Okay. Okay. Im Haus. Okay. Okay. Hier ist nichts los, wo ich gerade bin. Oh. Außer der feindliche Panzer da vorne. Wie wir eine Granatien wären, wa? Leichter Panzer beschädigt. Kleiner Bekannte. Beschädigt. Das Schiff ist unterwegs. Okay. Der Feind nähert sich. Sagt er. Oh, da vorne steht einer. Sehr. Okay, das war übel. Jawohl. Das war nice. Jawohl. Ich bin jetzt im Luftschiff. Oh. Ich bin getötet worden. Du bist im Luftschiff? Ich komme zu dir. So. Wo laufen sie denn? Oh, scheiße, Mann. Ich würde ganz gerne mal irgendwas erkennen auf der Karte. Man erkennt hier nichts. Ah. So. Ist hier irgendeiner in der Luft? Wow. Ja, da vorne. Oh, shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Whoa. Boah, crazy. Die Waldmap, die finde ich geil. Boah, die kreue ich gar nicht drauf klar auf die Waldmap. Niederlage. Sehr schön. So Leute, wir starten in Runde 1. Wir sind hier in der Map. Keine Ahnung, wo wir sind. Ich gehe jetzt mal aufs Pferd. Kavaleriemäßig. Let's go. Seht her, mein stattliches Ross. Das ist mein stattlicher Panzer. Mein stattlicher Panzer, Alter. Ja, okay, dann gehen wir mal hinterher, oder was? Mein stattlicher Panzer, Alter. So. Im Schutze des stattlichen Panzers. Rush B, Matze. Rush B. Nein, ich gehe safe. Eine schöne Sniper-Map hier. Ich gehe jetzt mal so weit. Nein, Mann. Wow. Ich werde nicht auf, dass du so vorsichtig bist. Nein. Nein. Bin ich? Oh, was? Oh, was? Oha. Was war er denn für einer? Okay. Werde ich mal hier oben draufschleichen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Furznikker, weggesniped. Oh, shit. Wow. Shit, 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 shit. Da oben. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich nehme wieder den Sani. Da ist er. Oh, komm schon. Schnell, 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 schnell. Komm schon. Jawohl. Wer schnauft da so? Wo sind alle? Habe ich ihn gekriegt? Er wurde gekillt, glaube ich. Oh, alter Schwede. Krass. Ja, ich glaube, ich werfe auch mal eine Granate da hinten hin. Okay. Boah, hier geht's ab. Wir haben einen Heilpfeig, Heilpfeig, Heilpfeig. Ich mein. Hier, erste Hilfe. Ach, da hat er mich gekriegt. Lustig ist das nicht. Lustig ist es nicht. So, wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen, Freunde. Pferdetaxi gibt's ja auch nicht mehr, da ist er. Ich glaube, ich schiebt. Ich bin nicht mehr nervös. Ich tenho ein paar Mal gucken. Ich bin nicht mehr da. Alter. Alter. Warum kann ich ihn nicht töten? Hä? Oh, ey. Ehrlich, ey. Am besten gehe ich nicht bei euch raus, Alter. Also ich will immer noch ein Pferd haben und einfach mal zu E-Reiten ganz dezent. Das mache ich jetzt auch. Werde ich jetzt ganz dezent mal machen. Challenge. Kommando. Ey, gib mir dein Pferd, Mann. Jawohl. Er hat mich gehört. Das war's, Bruder. Hotte, hü. Hotte, hü. Uh, ich muss ins Kampfgebiet zurück. Ja. Uh. Ihr kriegt mich nicht, Freunde. Ihr kriegt mich nicht. Ich bin gleich bei E. Springst du da wohl rüber, du Lusche? Komm schon. Komm schon. Oh, Mann. Und? Werde ich jetzt erschossen? Ja. So, ich bin bei E. Wird der Plan funktionieren? Alter, ehrlich. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Yeah. So, die erste Hälfte haben wir schon. Das heißt, wir erobern das Ding. Ja, Mann. Ja, da hinten kommt ein Reiter angeregt. Ja. Wo? Markier ihn. Wir haben ihn. Wir haben noch nichts vor. Da kommt er. Ihn habe ich. Jawohl. Ich nehme sein Pferd. Oh, Heilung. Wo? Hello. Für dich, Kamera. Ich nehme einfach ab. Erste Hilfe. Hast du? Ja. So, ich gehe zu D. Mein Pferd findet es auch geil, sagt es. So. Ich werfe meine Granate zur Ablenkung. Okay. Wir sind safe. Da vorne war einer. Und wir haben... Und wohin gehen wir jetzt? Das ist C, ne? Er hat mich erschossen. Niederlage. Ich würde sagen, das war's erstmal von dieser kleinen Runde Battlefield. Bewertet gerne den Part, lasst mir ein paar Kommis da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis denne. Tschüssi, Kofsky. Gut, 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 gut. Ciao. Ich meine. Ich meine.